So, ähm, endlich geht's hier weiter in der vierten Welt von Dings, Bloody Trapland. Oh ja, nach zwei Stunden und mehr hab ich endlich mal meine Sound-Anstellung so hinbekommen, dass es mich mal wieder halbwegs passabel anhört. Ich krieg die Kräser. Also ich hab's auch nicht vorher getestet, die ganze Zeit gemacht, aber jetzt vor der Aufnahme nicht nochmal so. Und durchrutschen. Yay. Und... Fail. Ach nee. Ja, natürlich. Äh, ich muss jetzt die ganze Zeit springen, wenn du noch durchkommen willst. stopp du hast sogar nur die eine kanone auf dich weil die andere immer auf mich zu schnell für die letzte was okay ich hätte jetzt nicht gedacht dass ich das leben so schwer fand ich das jetzt eigentlich nicht ja das ist eigentlich aber das ist an dem letzten bleibt man noch immer hängen ja natürlich schießt mich doch hier schießt die ganze zeit auf mich ohne treffen was hast du das denn bitte in meiner aufnahme die sägeblätter die sind so ein bisschen abhanden gekommen sei jetzt also was das muss ich mir angucken bei mir das auch sehr komisch aus ach so ich verstehe was man kann es auch alleine schaffen weil es für eine bestimmte zeit so bleibt nein ich mag was zum aber moment ja ich verstehe also das ist mir noch klar ja natürlich wir aber wissen was das macht okay ja ist okay game ist okay geht der strahlhof mal wieder weg ja wenn ihr da unten auf den scheiter na toll so hier ist so da so das geht so ist das mal der falsche stimmt ja okay das sah etwas fail aus ja also ich habe es im grunde schon geschafft gehabt also das level ist echt nicht schwer aber ich frage ich frage mich wie man zu dem teleporter da rechts kommen läuft so verdammt die lücke vergessen eigentlich ist das level überhaupt nicht schwer aber so richtig lächerliche tode eigentlich nur ja in der sache hat achte kommen das geht so und so und hält wieso habe ich das gerade eben auf anhieb geschafft ich habe ich mal eben benutzt dafür weißt du vorhin habe ich das gerade eben auf anhieb geschafft warum jetzt nicht mehr ich merke eins es leckt wie sau und naja wir haben ja gerade schon ein das und hat dessen gesehen als hoch alle sind 3 Blätter das ging gar nicht so ja ja portell schiefen wie lange muss man das machen ich weiß es nicht doch Gottchen und das ist eine Aufnahme ich weiß es ist ein vor der Schiffen hier geht aber bitte nur 9 Kilometer oder so wie im Porto ich krieg's zwar nicht, egal, ich mach dann ich auch nicht äh, ja ich glaub das sollte wirklich jeder Einzelmann äh, warte und gleich nach, ach ich hab das, the cake is the lie, das kam ziemlich spät ey, das ist ja richtig scheiße, da gleich nach Dings zu lenken ich find's mal wieder lustig, dass ich, na toll ähm, Sachen hinbekomme, die du nicht hast, aber dann umgekehrt wieder ja, ist okay, ist okay, Game, ist okay also ich hab ich hab ja schon Game gebraked naja, naja wer, wer, hä? wie hast du, hä? cheater, cheater du hast das Game gebraked nein da kann man durchfallen? oh, das find ich gut Moment, man darf nicht auf den Teleporter, oder? welchen? also, ja danke auch ähm, also nicht auf diese beiden da hä, wie machst du das? ich muss das gleich mal gucken das erinnert mich übrigens wieder an, ähm diese eine Stelle, die du die ganze Zeit gefällt hast und ich krieg die einfach mal so hin das lag aber bestimmt auch mit am Leck ein bisschen das stimmt, aber das hier nicht nein zu spät ja, das hat nichts mit dem Leck zu tun ey, ich krieg das nicht mal hin fick dich doch das ist für mich einfach unmöglich das ist mein höchst belustigen ich krieg das nicht hin, danach würde ich es bestimmt locker schaffen ja das nehm ich sogar ganz stark an wir haben alle so unsere Bereiche irgendwie, die wir gut machen können, aber bei mir geht's multan echt gar nicht wie viel Sprünge hab ich denn da grad gemacht? ich weiß es nicht, wir haben das Spiel verpackt oder so ich hab das Game gebrakt das ist ja kein Wunder oh, 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 nein! oh Gott! der Sprung ist, ey, also das müsste jetzt das Ende sein, oder? okay, ist das jetzt ne Wand, die ich einfach so durchspringen kann? nein, du musst auf den Teleporter, glaub ich und da oben sind aber so Stachelteile, ne? ich weiß nicht, aus welchen du kommst da sind so Stachelteile das ist unfair also ich würd behaupten hä? komm schon hä? ich weiß nicht mehr, was du da grad versucht hast ich hab gedacht, wenn ich in den Teleporter da irgendwie, ähm also dass ich durch die Wand einfach durch kann, fertig und dann auf den Teleporter komme, keine Ahnung das war jetzt grade ziemlich mies ist ehrlich die Kanonenkugel mitgekommen durch den Port? ich weiß es nicht okay ey, ich geh da's mir nicht mal hin ich fühl mich voll schlecht natürlich ey, jetzt bin ich wegen dir geschnurfen mehr oder weniger ey, ich hab das noch nicht einmal da durch geschafft ich probier die herkömmliche Methode äh, ja, wenn man nicht zu schnell nach links lenkt ey, verdammt oh we weren´s das Spiel so gebrochen mit den Sprüngen in dem Level es geht ja eigentlich, aber so okay, wo muss man jetzt verdammt noch nach hin? ja! ich hab es schon erst mal geschafft oidaidaidaidaida THIP DAP 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 AND RUNSEN SON DAP 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 DAPD DAP 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 kom, das ist doch… ja ne? HEHEHEH jetzt schaffe ich das nie wieder wenn ich wenigstes wüsste, in welchen Teleport wenn musst du den rechten da gehen also wo man durch die stacheln springen muss der hier nee den anderen der am 80 und sagen so das war nicht zu hoch die tausend springen die ich da mache sind so hinderlich ich finde so ein bisschen komisch ja okay der in den rechten da musst du wo du rauskommst weiß ich nicht auch Gott die weiter ja egal ich krieg das nicht aber das geht doch kommen da ist der Kanone nachdem ist es das war so ein richtiger Sandist der das hier gemacht hat 8 heute auf spätere Level noch richtig sagt er ist es richtig wird Christus diese Stacheln das ist so Millimeter getan ich hasse solche Sprünge einfach ich will den Anfang schaffen ja im Moment wie geht das eigentlich weiter wenn wir da durch sind dann sind wir da und dann ist es doch total simpel oder ja es ist es gibt zwei Ausgänge wir nehmen den rechten versuchen wir dann also ich würde sagen den Geheimausgang nehmen wir dann den rechten er der ist für zwei Spieler nur möglich wenn ich überhaupt so dass einer auf dem Kopf des anderen rumhüpft Ey das ist eigentlich nicht so schwer der Anfang da Nein ist er nicht das ist das Schlimme dabei aber manchmal macht er die kleinen Sprünge eben nicht Kann doch nicht sein Och Das ist knallrot Wir haben ihn geschafft bis jetzt nicht Ja richtig in ein Ja toll in einem Part fast nichts das ist doch nicht nett Hallo Wenn das nicht so rutschig wäre ich glaube dann wäre es leichter Ja dieses Eis ist mies Oh Okay Ja wenn du das jetzt verkackst nach rechts zu kommen dann Ich muss nur ich da durch Oh da ist ja hier Hallo Kanone und so Ja das schaffen wir schon Ey Ja mein warum Der schaffst du glaube ich allein nicht Verstehe Aha du hast es Bitte bring mich nicht um wenn du auf dich drauf bringst Ok Äh pass auf Nein Ich erwarte Alter Ich will nicht mehr Also wie machen wir es Springst du nicht sofort hinterher Einer muss so springen So wie ich gerade eben Und der andere muss auf den anderen drauf hüpfen Also wir müssen beide auf jeden Fall wenn wir gesprungen sind so ducken Weil sonst sind wir tot Einer muss ducken Ach stimmt ja Der andere muss auf den anderen drauf Also wer duckt sich Du duckst dich und ich gehe danach direkt drauf Äh was Achso der untere muss natürlich ducken Äh das war fail Ja warum war ich unter dir also Mhm Das war nicht nichts Wir können auch einfach den normalen Weg versuchen aber ne Das wäre zu einfach Äh ne Ne Glaube ich eher nicht Es geht dann einfach durch Ich brauche jetzt mal wieder 5 Minuten Äh ich war zu lange Pass schon Ey So geht doch So Heißt Du musst sofort ducken wenn du mit drauf gehst Mhm Scheiße Äh Scheiße Ey gerade war das besser getimed ich weiß nur nicht wieso Wo Wo Da hab ich ziemlich lange überlebt Hehehe Äh Mann Ey Das ist der erste Part und ich bin schon gefrustet Nein Hehehe Och man Wieso krieg das jetzt nicht mehr hin So Aha Ja Und Bist du bereit Mhm Drauf da Nein Das hat Das ist Ich weiß nicht wie das gehen soll Hehehe Ich wein gleich Dopdi dipdi Oh das ist sogar noch rutschig da unten Ja Ja Hallo Kanone Ähm Wie ich da einfach mal durchkommen die ganze Zeit Moment, die Kanone, ja klar Ich bin da hoch Moment Moment Ich lenke die Kanone ab Oder auch nicht Ja toll So lange krieg ich sie auch nicht ablenken Ich glaub ich nehm den normalen Weg Das ist irgendwie Effizient Ey Ich hab ne Idee, 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 die dachte ich, dass die mich nicht mehr tritt Nein, leider nicht Das war nicht mein Auftritt Versuch's in einem anderen Schloss nochmal Ich glaub wir sind auf jeden Fall in dem Punkt angehen, wenn einer das schafft, dann einfach zu ziehen Ja Oh, das ist Eis Man will dagegen steuern und dann macht man es viel zu heftig Ach so stimmt Das stimmt Toll Hui Ja, genau Und, Rainer Ja Das ist das denn hier Ach so Ich dachte, ich komm jetzt ja da durch Nee Dann muss ich dann den nächsten Torn